Und Verschwörungen. Obama hat im Jahr 2014 über eine Pandemie gewarnt, aber das war nicht wirklich so, dass er da irgendetwas hervorgesehen hat oder vorhergesehen hat, sondern viel eher. Er hat ja auch dieses Pandemic Preparedness Programm während seiner Administration, also mit nun anderem, durchgeführt. Und damit da natürlich auch die Akzeptanz hoch ist und die Ressourcen gesprochen werden, muss man ja auch warnen, in Form von etwas Angst machen, für ein mögliches Szenario von einer Pandemie und eben nicht nur lokal, sondern global. Deswegen Pandemie, weil Sandra wäre Epidemie. Und wir hören uns kurz an, was er da sagt. Also es geht hier eben um das Globale und alle müssen mitmachen, alle müssen vorbereitet sein, damit man eben eine mögliche Pandemie verhindern kann. Dann gab es im Oktober 2019 diesen Event 201. Das war eine Tabletop Exercise, also da heißt eine theoretische Übung oder theoretische Hauptprobe. Und zwar in der Johns Hopkins Center for Health and Security in partnership mit dem World Economic Forum und der Bill & Melinda Gates Foundation haben diesen Event gehostet, gesponsert, organisiert. Also da hätten wir diese Verschwörer. Aber es ist ja nur eine Übung, eine theoretische Übung, also nicht allzu tragisch. Und dann haben Sie auf der Webseite selbst noch ein kurzes Video von rund 12 Minuten, die Event 201 Pandemic Exercise. Also hier sagen Sie auch, es ist nur eine Übung. Und da hören wir auch ganz kurz rein. Es gab mal eine 12-Stunden-Version, das war die Live-Aufnahme von dieser Übung. Aber das ist leider nicht mehr verfügbar. Es gab es in healthy-looking Pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. Das ist das Narrativ. Das ist die Geschichte, die erzählt wird. Und auf dieser Basis wurden diese Maßnahmen erstellt, geplant, niedergeschrieben. Und hier ist ja spannend, coronavirus associated. Also das heißt, es ist nur irgendwie in Verbindung mit. Aber es muss nicht das Coronavirus selbst sein. Aber das ist die Ausgangslage. Und auf dieser Basis wurde dann eben dieser Event Tour 1 in der Hauptprobe durchgeführt. Und dann haben wir in der Mitte diese Pandemic Preparedness in the Next Administration. Wurde in der Georgetown University durchgeführt. Das Center for Global Health, Science and Security. Und zwar war das am 10. Januar 2017. Und Tony Trump wurde ja im Januar, also 20. Januar 2017 inauguriert. Also vereidigt. Und sein Pandemie-Chef, Dr. Fauci, heißt jetzt hier Predicted the Pandemic. Aber wir würden da reinhören, wie er das vorherseht. Also er spricht von einer Idee. Also er sagt auch, dass er die Idee hatte für diese Pandemic Preparedness. Was ja ein Widerspruch an sich ist, wenn er sagt, ein überraschender Ausbruch von einer Epidemie, Pandemie, dann ist es ja eben nicht überraschend, sondern geplant. Also es ist absolut kein Zweifel, dass in der nächsten Administration sie damit herausgefordert sind. Und er begründet das auch mit seiner Geschichte, also History, his story, seiner Geschichte. Und es ist eben Fauci's Geschichte, basierend auf seinen 32 Jahren, wo er denn Director war. Da haben wir hier an der Harvard University School of Public Health gab es auch einen Vortrag mit dem Titel Preparing for the next Pandemic. Wurde publiziert am 28. Juli 2022. War da die Pandemie noch am Laufen. Auf jeden Fall da haben wir den Karl Lauterbach, der hier einen Vortrag hält über eben selbiges Thema. Dann gab es ein Buch von Silvia Brownie, End of Days. Und wenn jetzt hier dieses Video da nicht so komisch aufpoppen würde, würden wir da noch sehen. Predictions and Prophecies for the End Time, the End of the World. Und in diesem Buch schreibt sie, in around 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe. Also China hat ja pünktlich am 31.12.2019 der WHO gemeldet, weswegen es ja auch COVID-19 heißt und nicht COVID-20. Spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Ja, das ist wichtig. Egal was für Behandlungen, Medikamente es gibt, es nützt nichts. Was heißt, es muss etwas Neues daherkommen. Dann, they call the stuff Wuhan 400 because it was developed at their rDNA labs outside of the city of Wuhan and it was the 400 strains, viable strain of man-made microorganisms created at the center. Also es geht hier um einen menschengemachten Mikroorganismus. Und ja, das steht in diesem Buch. Und dann, ja, da haben sich mehrere zusammengetan, damit das Ganze überhaupt so hat stattfinden können. Also zum einen diese Tabletop-Exercise, aber auch dieses Planspiel für Pandemic Preparedness. Ab 2020 mussten sich auch einige zutun. Aber eben, weil sie es eben öffentlich kommuniziert haben, ist es keine Verschwörung. Und die Fakten liegen auf dem Tisch, deswegen auch keine Theorie. Dann geht es weiter. Da gibt es etwas genannt SEAS 2025. Auch hier wieder die Hand kann man draufklicken. Das PDF ist auf unserer Webseite herunterladbar. Kommt man da auf die Webseite. Wir wollen SEAS 2025 soll die next Pandemic sein. Aber wir wollen hier mal kurz unten links schauen. Und zwar hat Bill Gates sehr viel Screentime, während der Zeit. Und da gab es ein Interview, publiziert am 24. April 2020, in der Late Show von Stephen Kolberg. Und da haben sie ja auch wieder darüber gesprochen, wie das funktioniert mit Coronavirus und der Vaccine. Und auf jeden Fall, wir werden das Video nicht abspielen wegen Copyright. Aber er sagt hier, kann man nachlesen im Transkript. The good news is most of the work we are going to do, be ready for pandemic 2. Reimt sich. Was er eigentlich hier sagt ist, die gute Nachricht ist, dass sie all das, was sie vorhaben, noch zu machen, werden sie auch machen, damit sie dann parat sind für die zweite Pandemie. Was impliziert, dass er auch weiß, wann die zweite kommt. Und er sagt dann auch, ich nenne das die erste Pandemie 2020, und dann kommt noch die zweite Pandemie. Dann schauen wir mal kurz hier in dieses Video rein, aber nur ganz kurz. Let's talk about Bill Gates and the next pandemic. Bill Gates and the World Health Organization have announced when we will see the next pandemic. They have a date for us. So get this on your calendar, prepare, you know, plan your trips around this next pandemic right now. We'll have more on that in a second and the dates. But you'll remember Bill Gates and the World Health Organization previously held what was known as the 2001 event, Event 201. Sorry, Event 201. And it was about the Event 201 exercise. It was a simulation involving a coordinated global response to a coronavirus that they held in a simulation just months before COVID-19 was declared a global pandemic. So they're pretty good at predicting this stuff. Und hier an dieser Stelle widersprechen wir. Es ist eben keine Prediction, keine Vorhersehung, sondern es ist einfach ein Plan, der umgesetzt wird. Und dieses Video geht 13 Minuten. Da kann man reinschauen. Wir werden jetzt nicht das Ganze anschauen. Er hat jetzt hier von der ersten Pandemie gesprochen und wie das Ganze entsprechend aufgebaut wird. Und was er eigentlich da anspricht, ist, dass diese Event 201 war ja nur die theoretische Übung und dann ab 2020 war die praktische Übung. Das hat er hier halt so nicht gesagt. Und dann haben wir hier Seas 2025. Kommt von innen selbst. Und this is a fictional scenario. Und wir hören da kurz rein. Und dann sind wir abolitioneno batchellen. countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region, Severe Epidemic Entravirus Respiratory Syndrome 2025. Over the past six weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. Also wenn man sich nicht permanent in Erinnerung ruft, dass das nur ein fiktionales Szenario ist und man glaubt, dass man da eine Nachrichtensendung schaut, dann vergisst man schnell, dass es eben nicht der Realität entspricht. Und das Wichtigste hier an diesem Narrativ, das ist ja dasselbe Narrativ, wie wir vorhin gehört haben für Eventur One, es geht hier darum, dass die Maßnahmen für die Eindämmung der Pandemie oder respektive Verhinderung der Pandemie schnell und zügig vonstatten kommen muss, so wie es Obama gesagt hat, um es bereits schon im Keim ersticken zu können und das werden drakonische Maßnahmen sein. Und wenn man das eben nicht macht, so ist ja die Begründung oder Rechtfertigung, warum man es tun muss, dann werden wir wieder eine dramatische Pandemie haben, so wie wir es 2025 hatten, äh 2020 hatten, Entschuldigung. Und hier unten rechts gäbe es nochmal ein Video, aber das schauen wir uns hier nicht an. Daneben gibt es da einen B-Movie-Trailer, dem Titel Lockdown 2025, also auch die haben sich schlau gemacht und vorbereitet. Und wir wollen hier noch ein kurzes Interview, ebenfalls wieder mit Steven Kohlberg, aber zu einem anderen Zeitpunkt, ähm reinhören. ...dramatically. And then the final solution, which is a year to two years off, is the vaccine. So we've got to go full speed ahead on all three fronts. Bill Gates spricht von der Endlösung, final solution. Das ist ein Wording, das man vor gut 100 Jahren verwendet hat, in den Konzentrationslagern von Hitler. Also er sagt die Impfung, die Endlösung ist die Impfung. Also ebenfalls haben sich da mehrere zusammengetan, ist eine Verschwörung. Sie bezeichnen sogar die Impfung als Endlösung. Böser Zweck, böse Absicht vorhanden. Aber es ist ja für 2025 und deswegen postponed. Aber weil sie es ja kommunizieren, publizieren, ist es eben keine Verschwörung und auch keine Verschwörungstheorie. Wir möchten hier auch anfügen, wir können ebenfalls nicht in die Zukunft sehen. Wir sind keine Vorherseher und machen auch keine Prophezeiung oder Prediction, sondern lassen es auf uns zukommen. Aber eben die Signale sind da, die Kommunikation ist da. Man kann da hinschauen und sich seine Gedanken machen. Henry Kissinger. Henry an Alfred Kissinger, geboren 1923 in Fürth. Das ist irgendwo in Deutschland und gestorben 23. Also der ist ziemlich genau 100 Jahre alt geworden. in Kent Connecticut. War ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politiker der Republikanischen Partei. Als nationaler Sicherheitsberater und Außenminister unter den Präsidenten Nixon und Ford hat er die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zwischen 1969 und 1977 maßgeblich mitbestimmt. Der Deutsch-Amerikaner Kissinger als Jude 1938, wahrscheinlich nach Amerika gegangen. Dann National Security Study Memorandum. Das ist ein Dokument, das publiziert wurde am 10. Dezember 1970. Also drei Jahre, bevor er nicht mehr in der Außenpolitik tätig war. Und da schreibt er im Kissinger Report The Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests. Das heißt zu Deutsch, die Implikationen von Überbevölkerung, weltweiten Überbevölkerung, Implikationen auf die US-Sicherheit und Overseas Interests. Also das heißt, die Sicherheit der US hat einen Impact oder Implikationen, wenn zu viel Population da ist. Und eben in diesem Report schreibt er, wie man die Population kontrollieren kann. Die Sterilisation von Männern und Frauen hat sich in vielen Bereichen durchgesetzt, wenn ein einfaches, schnelles und sicheres Verfahren zur Verfügung steht. Die weibliche Sterilisation von Frauen wurde durch technische Fortschritte bei Laparoskopen verbessert, Guldoskope und stark vereinfachte abdominale Operationstechniken. Weitere Verbesserungen durch den Einsatz von Eyelighter Clips, transzervikale Zugänge und einfachere Techniken können entwickelt werden. Das schreibt er so, bei Männern sind mehrere aktuelle Techniken vielversprechend, aber müssen noch verfeinert werden, verfeinert und bewertet werden. Das stand so im Report 1974. Man kann davon ausgehen, dass sie heute schon weiter sind. Und hier auch das Original im Englisch. Wir werden, wir haben dieses Dokument, wir können das auf unserer Webseite ebenfalls mitverlinken. Dann könnt ihr da selbst lesen, was er da so schreibt. Und warum eben dieser Kissinger oder wer ist das überhaupt, werden wir sehen. Kissinger, so hat er dann später ausgesehen. Jünger unten links. Hendrik Kissinger, Wächter des Imperiums, als Außenminister. Dann Henry Kissinger, die Biografie. Nächste Woche bitte keine Krise. Mein Kaminkalender ist voll. Ein Gänsekämmerschen. Kissingers langer Schatten. Und da geht es in die andere Richtung. Amerikaner ist schon Amerikas umstrittener Staatsmann und sein Erbe. Henry Kissinger, Weltordnung. Und der Trial of Kissinger, also quasi sein Gericht sozusagen. Wir hätten da schon Möglichkeiten, wie man da, auch bei Männern Möglichkeiten, aber da würden wir sicherlich nicht viel dazu motivieren können, da mitzumachen. Aber es geht hier noch weiter um Populationskontrolle, Populationreduktion. Da gibt es ein Buch, The Limits to Growth, wurde geschrieben von vier Autoren, veröffentlicht unter dem Dach der Club of Rome. Und wir haben hier auch ein Video davon gemacht, eine Analyse und Überlegungen über den Club of Rome, könnt ihr euch anschauen, ist auf unserer Webseite toknow.ch. Einfach Club of Rome im Suchfenster eingeben oder natürlich auch auf YouTube und anderen Kanälen. Und dann, eine der bekanntesten Warnstimmen war in dem 1972 veröffentlichten Buch Limits to Growth enthalten, also zwei Jahre vor dem Kissinger Report. Während das Buch nicht vorhersagte, was genau passieren würde, stellte es fest, dass die Erde innerhalb eines Jahrhunderts an ihre Grenzen stoßen würde, denn die Konsummuster und das Bevölkerungswachstum der Welt mit den gleichen hohen Raten der Zeit anhalten würden. Also Konjunktiv 2, hypothetisch, spekulativ. Die Botschaft war, dass dieses Ergebnis nicht unvermeidlich war. Die Menschen könnten ihre Politik ändern. Und je früher, desto besser. Also sie wollen mit diesem Buch eigentlich propagieren, dass man alles gesetzlich, politisch durchbringt und dann so die Populationskontrolle, Populationsreduktion akzeptiert und wenn eben nicht, dann via Staatsgewalt durchsetzen kann. Das Buch war sehr kontrovers. Sein Warnhinweis war von dem damals bestehenden Optimismus geprägt. Die 1950er und 1960er waren sowohl in der westlichen als auch in der kommunistischen Welt eine, können wir jetzt da nicht nachvollziehen, aber wir gehen davon aus, dass das so eine Aufschwungsphase war, weil nach dem Zweiten Weltkrieg alles fertig und man baut wieder und die Industrialisierung und so weiter und so fort. Dann eben die Grenzen des Wastums. Die Grenzen des Wastums ist ein Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Ebenfalls einen Link kann man anklicken. Und hier auch wieder als Erinnerung, ja man könnte sagen, die Populationskontrolle ist ein böses Komplett mit einem bösen Zweck. Und mehrere Personen, ja sind vier Stück, die dieses Buch, aber es ist eben nicht geheim. Und dann habt ihr sicherlich schon mal von den Georgia Guidestones gehört, die wurden am Geburtstag von George Bush Jr. gesprengt. Also die stehen da nicht mehr. Und da standen so quasi zehn Gebote drauf, wie man die Erde gestalten sollte. Und der erste Punkt, da stand, Maintain Humanity under 500 Millionen, also 500 Millionen, in perpetual balance with nature. Also damit wir eine gute Balance haben als Population, also als Menschheit mit der Natur, müssen wir unter 500 Millionen Exemplare sein. Und Verschwörungstheoretiker würden da sagen, ja sie machen das, die eben mit diesen Populationskontrollen, Populationsrelationen, sie wollen oder machen, dass wir unter 500 kommen. Und wenn wir davon ausgehen, von den Schätzungen, dass wir acht Milliarden auf dem Planet sind, dann müssten wir ja eigentlich siebeneinhalb Milliarden loswerden, damit wir auf diese 500 Millionen kommen, wenn wir jetzt richtig gerechnet haben. Aber es steht vor Maintain, also das heißt, irgendetwas wird noch passieren, vielleicht auch mehrere Dinge werden passieren. Da gibt es ja im Kühllager von der Angst genügend Szenarien, wie eben Überbevölkerung, Pandemie hatten wir schon, Aliens, UFOs, Asteroiden und all das Zeugs. Und dann steht ebenfalls in diesem Buch noch weiter, Nummer eins, Worldwide Abortions Practices, Certain Facts About Abortion Need to Be Appreciated. Also bestimmte Fakten müssen gewertschätzt werden über die Abtreibung. Und kein einziges Land hat seine Populationswachstum reduziert ohne Abortion, also ohne Abtreibung. Also das heißt, die Abtreibung ist die Wahlmethode Nummer eins, um den Wachstum zu reduzieren. Also das heißt, weniger Kinder produzieren grundsätzlich mal. Dann 30 Millionen Pregnancies, also 30 Millionen Schwangerschaften geschätzt. werden terminiert, jährlich durch Abtreibung. Und dann hier, wo sie eben davon spricht, von dieser Populationsreduktion. Und dann schlussendlich wird sie auch applaudiert. Und zwar hier, When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population. More for our children can breathe clean air. Also wir könnten hier sagen, das war ein Freudchenversprecher. Weil in diesem Kontext, an diesem Dings da, wo sie da war, ging es wirklich nicht um die Population reduzieren, zumindest mal nicht, sondern sie meinte Pollution, reduce pollution. Aber eben Freudchenversprecher. Dann, was sagen die Medien dazu? The Washington Post, eine Meinung, A declining world population isn't a looming catastrophe. It could actually bring some good. Also das ist eine Meinung, von Kim Stanley Robinson, wo er sagt, dass der Abstieg der Weltpopulation keine Katastrophe ist, sondern auch Gutes bringt. Wie diese Declining world population vonstatten geht, da spricht er da nicht an. Dann, What does the world need more humans? Das ist eine andere Meinung, von Bloomberg. Und wenn wir wieder zurückspringen, auf die Medienkartenlandschaft, sehen wir dieses klassische Bändel links, rechts. Global depopulation is a looming existential threat that no one is talking about. Also eben diese Depopulation, wie sie auch immer stattfindet, wird eine Gefahr darstellen, eine existenzielle Gefahr, über die niemand spricht. Eine Meinung von Tyler Cohen, ist ein Bloomberg Opinion Columnist, Professor of Economics under George Mason University and Host of the Marginal Revolution Blog. Also auch ein Revolutionist, der wahrscheinlich auch die Open Conspiracy gelesen hat. Und dann The Interpreter, ein weiteres Magazin, oder wie man dem auch immer sagen will, How shrinking populations fuel divisive politics. Und hier haben wir eben die andere Richtung, dass the shrinking populations die Politik anricht. A look into the futures shows the importance of immigration. Also weil man eben zu viel sterilisiert, nicht sterilisiert, mal mit unter anderem auch sterilisiert und abtreibt, ist die eigene Bevölkerung im eigenen Land, also in diesem Moment wahrscheinlich Amerika, schrumpft sie, shrinking. Und deswegen muss man Immigration durchführen, also Menschen importieren, damit wieder genügend Exemplare auf dem Land herumlaufen. Meinung? Ist das eine Meinung? Nein, das ist einfach der Headline. Dann BBC News Population Control Is it a tool of the rich? Ja, und diese Frage allein provoziert ja schon Verschwörungstheorien, weil man muss ja die Frage beantworten. Oder man will die Frage beantworten. As the world population reaches seven billion people, also sieben Milliarden, the BBC's Mike Gallagher asks whether efforts to control population have been, as some critics claim, a form of authoritarian control over the world's poorest citizens. Und hier sagt er eigentlich auch, er fragt, ob man die Population kontrollieren soll, eben mit Abtreibung, Sterilisation und sonst sonstige Maßnahmen. Und dann eben, es wird kritisiert, dass das denn autoritäre Kontrolle ist, authoritarian, diktatorische über the world's poorest citizens, ja, weil man muss ja dann auch entscheiden, wer darf gehen und wer muss noch bleiben, respektive wenn muss man abschaffen, damit man diese Probleme mit beseitigen kann. Und wer sich mit der Rassenlehre auseinandergesetzt hat von Hitler, sieht hier auch Parallelen in den Überlegungen, die da angestellt werden. Population control ist auf Wikipedia, Population control is the practice of artificially maintaining the size of any population. Und hier haben wir wieder maintain humanity und any population wear humanity und man macht damit künstlichen Maßnahmen die control, ja. Und auch hier wieder die konspirat, verschwörisches Denken haben, es ist die Kontrolle der Population und nicht die Reduktion, also eben das Halten, das Maintaining. Dann weiter in den Medien haben wir einfach reingegeben Population control und sehen da Scientists appeal for global population control, also die Wissenschaftler, die wollen oder die befürworten eine globale Populationskontrolle, und eben nicht auf irgendeine Spezies, nein, auf die Menschen bezogen. 8 Billion People, 8 Milliarden Menschen why trying to control the population is often futile, futile, schädlich, unhelpful und harmful, also hier wird postuliert in der Conversation, dass eben die Kontrolle selbst eher schädlich ist. Then quick facts about population control and depopulation crisis. Also, okay. Is a human rights organization, also the PRI, ist eine Menschenrechtsorganisation, das Nachforschungen anstellt und auch veröffentlicht über die abusive population control, also abuse schädlichen, also wirklich mit der missbräuchlichen population control programs around the world, also da gibt es Programme anscheinend, die sie da exponieren, learn about history, nature and harms of population control and how it violates human rights and undermines the world's most undervalued resource humans. also die Ressource Mensch. Dann weiter meet the new population control movement, the Atlantic, also da gibt es eine neue population control, also eine Bewegung, die die Population kontrollieren will, weil sie irgendetwas glauben, the Atlantic ideas, the Malthusians are back climate activists who worry that the world has too many people are joining an ugly tradition. Also da schliessen sich zwei zusammen. Population control news, research and analysis in conversation. Ja, also da tun sich welche zusammen, sind sich einig, dass wir die Population zum einen reduzieren müssen, kontrollieren müssen, damit sie eben unterhalb dieser 500 Millionen Exemplare sein können. Aber sie schreiben sehr öffnet, also deswegen eben die Conspiracy quasi confirmed, aber keine Verschwörungstion Theorie, weil die Fakten ja darliegen, es ist öffentlich, es ist kommuniziert für jeden einsehbar, wenn er den auch will. Also, die die und Vielen Dank.